Was geht ab, Freunde? Wir kommen heute wieder zu einer neuen Make-Love-Fake-Love-Reaction hier auf diesem Kanal. Heute ein weiteres Interview und zwar mit Jelis und, jetzt wollte ich schon fast sagen, Max. Zum Glück nicht mit Jelis und Jannik. Gestern hatten wir das Ganze schon mit Max und Luisa und das war auf jeden Fall auch sehr interessant. Also da ging es halt darum, wie es nach der Show weiterging. Und ja, ich dachte mir, auch bei den beiden heute ist es natürlich interessant, weil so wirklich Wissen irgendwie, wie genau, tun wir ja noch nicht. Und deswegen gucken wir mal vielleicht, wie so die, ja, weiteren Schritte waren. Ich hoffe, das wird alles beantwortet. Ansonsten natürlich checkt gerne die Reaction von gestern ab, lohnt sich. Da waren wirklich auch unerwartete Dinge dabei, also bei Max und Luisa. Deswegen da gerne vorbeischauen. Ansonsten viel Spaß mit der Reaction und damit let's go. Und lasst ein Like und ein Abo da. Let's go. Wir beginnen mit Jelis und die erste Frage wäre, wie ist es nach der Show mit dir und Jannik weitergegangen? Nach der Show waren Jannik und ich eigentlich so gut wie jeden Tag auch zusammen. Und besonders viel haben wir jetzt noch nicht gemacht, weil wir auch nicht zusammen raus durften. Aber ich glaube, dass wir uns gut durch die Zeit durchgekämpft haben. Das muss ich sagen, stelle ich mir übrigens immer sehr schwierig vor. Also natürlich, man weiß ja, worauf man sich eingelassen hat. Ich muss auch gerade an eine Story von gestern von Giuliano denken, zu prominent getrennt. Da ging es nämlich auch darum, meint er auch bei Temptation, er und Sandra sind gar nicht zusammen aus dem Haus gegangen. Da ging es halt um so Spoiler und so weiter. Jetzt nicht so wirklich wichtig hierfür. Aber ich stelle mir das sehr schwierig vor. Sehr gute nächste Frage. Wie stehst du heute zu Max? Ich mag Max nach wie vor und bin wirklich niemandem böse und wünsche mir einfach nur, dass er glücklich wird. Und ja, dass er vielleicht die Frau findet, weil der es dann auch mal richtig klappt. Ja, okay, gar nicht mal so eine negative Antwort. Ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass die nach der Show ein gutes Verhältnis haben werden. Also das waren so meine Gedanken nach dem Finale, direkt nach dem Finale. Da dachte ich mir so, boah, ob die nochmal mit ihm reden möchte, glaube ich eher nicht. War aber da nicht so gewesen. Also wir haben gestern auch erfahren, das nehme ich jetzt einfach mal vorweg hier. Luisa meinte, die hätten also Max und Jelis täglich telefoniert und geschrieben. Sie wusste davon aber gar nichts. Und ja, demnach war es jetzt natürlich schon so irgendwie klar, dass es wahrscheinlich dann kein schlechtes Verhältnis sein wird. Aber hätte ich tatsächlich nach der Show anders eingeschätzt. Passend dazu, wie denkst du heute über das Finale? Es ist nicht so lange her, dass ich das Finale überhaupt gesehen habe. Und ich finde, man sieht mir da auch an, dass ich einfach auch fertig war und einfach nur noch nach Hause wollte, weil es mir wirklich nahe gegangen ist, was ich niemals gedacht hätte. Und ich bin jetzt froh, dass ich diesen Teil auch irgendwie so hinter mich bringen konnte. Das hatte man ihr sehr stark angemerkt. Jeder, der das Finale gesehen hat, wahrscheinlich die meisten jetzt, die wissen auch genau, was ich meine. Also es ist ja vor allem da in dem Moment wirklich sehr schwer gefallen, bevor es die Entscheidung gab oder sie die treffen musste. Und ja, kann man natürlich verstehen. Auch gut, wie denkst du heute über deine Zeit mit Max? Da bin ich auch mal gespannt. Eine wunderschöne Zeit mit jedem Mann bei Make Love, Fake Love. Natürlich waren die Emotionen bei Max andere, als wir jetzt zum Beispiel bei Sida oder Fabio. Aber ich bereue überhaupt nichts und nehme das alles als Erfahrung mit. Ja, eigentlich das Beste, was man machen kann, wenn man es einfach positiv sieht, würde natürlich nicht jeder so machen. Aber ja, irgendwie, ich glaube, ich glaube, das ist aber auch oft so, dass man rückblickend auch die negativen Sachen vielleicht auch irgendwie positiver sieht, als in dem Moment selbst. Ja, könnte ich mir auch vorstellen, dass es vielleicht so ist. Hattest du nach der Show Kontakt zu Luisa? Das wissen wir ja eigentlich schon. Luisa kam auf mich zu und hat nach einem Telefonat gefragt. Und natürlich habe ich dem auch zugestimmt. Wir haben telefoniert miteinander. Und sie war auch wirklich total nett. Und ich habe sie auch ganz normal behandelt. Also ich glaube, wir Frauen konnten am wenigsten dazu. Und ja, habe ihr auch einfach auf den Weg mitgegeben, dass ich mir wünschen würde, dass sie in dieser schwierigen Zeit auch für Max da ist, wenn sie denn noch möchte. Und ja. Ja, scheint sie auch eine Zeit lang gewesen zu sein. Irgendwann dann aber halt nicht mehr. Wie stehst du zu den anderen Kandidaten? Also da, ich glaube, das kann ich vorwegnehmen. Ich glaube, dass es in keiner Show wahrscheinlich so ein krasses Verhältnis zwischen den Leuten gibt. Also so kommt es zumindest immer rüber. Das denke ich mir wirklich jedes Mal, wenn ich in ihrer Story irgendwie jemanden von den anderen sehe. Oder irgendwelche Storys, in denen die irgendwo zusammen waren. Da hat es wirklich wie so eine Familie irgendwie gewirkt. So, also weiß ich nicht. Aber ich glaube nicht, dass es in jeder Show danach so ist, dass sich alle so gut verstehen. Dadurch, dass wir eine Gruppe alle miteinander haben, haben wir regelmäßig Kontakt miteinander. Natürlich verstehe ich mich mit einigen mehr als mit anderen. Und ich habe regelmäßig Kontakt mit Sida. Wir telefonieren fast regelmäßig. Und auch mit Fabio, mit Maxi, mit Philipp. Also wirklich mit den meisten. Und ich bin so froh, dass ich die Jungs da auch kennengelernt habe. Und dass sie jetzt auch Teil meines Lebens sind. Ja, und damit sind wir schon durch bei Jelis. Dann gehen wir natürlich direkt rüber zu Janik. Ja, wie denke ich heute über das Finale? Es war auf jeden Fall ein sehr emotionales Finale. Es war sehr spannend. Ich glaube, wir haben da mit einer der spannendsten Finale erschaffen, die es, glaube ich, so gibt. Ja, man wusste natürlich nicht, für wen jeder sich entscheidet. Umso glücklicher war ich dann, dass sie sich natürlich für mich entschieden hat. Ich glaube auch, dass sie die richtige Entscheidung getroffen hat. Ja, davon bin ich auch überzeugt. Auch davon, dass es das krasseste Finale war. Das meinte ich nämlich sogar auch in der letzten Reaction. Also in der zu der 12. Folge aka dem Finale. Auf jeden Fall meinte ich dann nämlich auch, ich war wirklich bei keiner Matching Night, bei keinem finalen Lagerfeuer oder was auch immer wir hatten, war ich so aufgeregt. Also ich war wirklich aufgeregt, weil ich krass gespannt war, auf wen die Entscheidung dann schlussendlich fallen wird. Und ja, ich glaube, es lag auch daran, weil man halt zum Beispiel, sagen wir mal, bei den Matching Nights irgendwie mittlerweile davon ausgeht, alle schaffen das. Bei Are You The One oder bei Temptation die abschließenden Lagerfeuer auch irgendwie ganz gut einschätzen kann oder denkt zumindest, man kann es. Und ich finde, hierbei konnte man es irgendwie gar nicht. Also bis zum Schluss, auch in der finalen Folge, gab es ja auch noch viele Momente, wo man sich auch dachte, okay, sie wird sich für Max entscheiden. Dann dachte man vielleicht mal wieder, nee, das wird Yannick werden. Und das hat irgendwie immer so hin und her geswitcht. Und deswegen war das auf jeden Fall sehr spannend, das muss man sagen. Wie stehe ich heute zu Max? Sehr gute Frage. Wie steht er heute zu Max? Da bin ich jetzt gespannt. Ähm, kein Kommentar. Geil. Ja, gut, ne, ist auch eine Antwort. Also ich habe es gestern schon gemeint, es wundert mich ja doch sehr, dass die beiden nicht beste Freunde wurden. Jelis hat dich als Kopfentscheidung bezeichnet. Hat dich das verletzt? Ey, da werden wirklich hier, glaube ich, alle unsere Fragen echt beantwortet. Das habe ich häufig gelesen, nämlich, dass sehr viele Leute meinten, dass sie das, ja, quasi verletzen würde, wenn sie nur die Kopfentscheidung für ihren Partner gewesen wären. Ich glaube, Yannick macht es nichts aus, aber wir gucken mal. Nee, also, ähm, für mich ist das Wichtigste, dass wir jetzt glücklich miteinander sind. Und das ja auch schon seit sieben Monaten. Ähm, was da, wie sie da entschieden hat, ist ja, blieb ja überlassen. Und ja, alles gut. Ey, merkt ihr das eigentlich? Der Unterschied zur Show, wenn man Yannick so reden hört und wenn man ihn generell sieht, er wirkt einfach so todesentspannt und ruhig und ausgelassen. Und in der Show war er einfach übertrieben angespannt die ganze Zeit. Also so geht es ihm auf jeden Fall besser. Zu wem aus der Show hast du heute noch Kontakt? Habe ich mich wirklich mit allen gut verstanden, auch mit Max. Äh, am meisten Kontakt habe ich zu Sila, Fabio und Mustin. Tja, und damit sind wir hier auch schon wieder durch. Ich bin natürlich sehr gespannt, wie es noch weitergehen wird. Also ich hoffe natürlich positiv und vor allem auch sehr lange. Wie ich schon hundertmal meinte, ich freue mich auf jeden Fall sehr für Yannick und er scheint sich auch zu freuen. Und, ähm, ja, ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr mehr dazu zu sagen, Freunde. Und ich hoffe, euch hat die Reaction gefallen. Wenn dem so sein sollte, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Das würde mich freuen. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder mit der nächsten Reaction. Bis dahin und ciao.